Okay, bei irgendwas kann ich damit nicht nur öffnen. Oh! Und ein Trichter. Das habe ich. Na, ist es das? Hilungsmittel. Ich fülle auch immer. Damit ich das Spiel erwenden kann. Ah, dazu habe ich da nichts. Oh, warte. Den nehmen wir natürlich mit. Wenn er da angezündet ist, dann muss ich einen schönen Arsch erbauen. Sehr schön. Oh, warte. Kann man damit vielleicht das hier wegbrennen? Genau. Ja, sehr gut. Amerikas. Harmonika. Orange. Schwellerling. Ufeisen. Schraubenzieher. Bonbon. Mundussel. Stecken. Steckenpferd. Lokomotive. Schraube. Tampon. Okay. Okay. Mhm. Mhm. Hä? Ist keine Orange? Okay. Lohendussel einstecken. Ich bin schön. Dumm ist es immer gehen. Klack, 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 klack. Ja, genau, 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 genau so in dem Takt. Genau, genau, genau. Das ist mein Wunsch. Wunschgeschwindigkeit. Einmal död, 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 und dann weg. Äh, ja, okay. Schraubenzieher. Ich hab die damals, ähm, immer gespielt. Äh, damit hab ich viel auf Tablet hab ich auch damals immer ganz gern gespielt, diese Art von Bühne und Bildspiele. Hab die irgendwie ehrigkeit. Ja, wer, eins hatten wir ja mal aufgenommen. Aber ich glaube, so Grimtailed ist so... Ich glaube, damit können wir sich richtig anfangen, dass wir das dann machen. Weil es sind 21 Spiele neu. Ich meine, die würde ich alle mal auf dem Kanal ballern. Ich meine, das war schon geil. Wer so, er hat sogar gemacht, aber ein bisschen, dann sind die Linke nicht. Äh, sind hier nicht erst bei Lohr lang, ne. Die sind wirklich nicht so kurz das Spiel. Kann man kurz mal reinschmeißen, kann man kurz mal durchzocken. Nun, drei, vier, zwei, drei, vier, fünf. Oh Gott, wie das anhört, ne. So als... Oh Gott, wie das anhört, ne. Ich meine, wenn alles zusammen läuft. Ich meine, wenn alles zusammen läuft. Ich bin ja mal gespannt, ob ich Spieleenteil sich in einer Form weiterentwickelt haben. Oder sie immer das gleiche eigentlich gemacht haben. Klar, es ist Genre mit ihm immer das gleiche. Die Weiterentwicklung wird natürlich nur sehr... Also, ich hab schon gesehen, nachher hat man ein richtiges Vollbild. Aber bin ja auch gespannt, naja, wie es hier ja auch aussieht in den späteren Spielen durch. Habt ihr alle noch nicht angespielt? Äh, ich kenne wie Gerd Kainz und den, ne. Ich kenne nur das, weil die mit euch alle wirklich genießen will. Die Grimmchills-Dinger. Und Amerikas. Ich sene sie, scheiße, waarde ich nicht. Das war's für heute. Okay, was habe ich denn bekommen? Einschrauben. Wo war ich eigentlich ein Löhungsmittel? Ja gut, das haben wir auch schon abgeschlossen. Ja, wo war ich denn? Keine Seile durchschneiden? Durchbrennen? Hier bin ich auch durch, okay. Auch ein Hebei-Moto zu starten, kann man... Eine hier, eine andere. Das ist durchschneiden, oder? Ja. den hafen nur wo ich den hafen weil ich hierfür sind Dreh die Walzen so dass sie das hier den weißen Mund anzeigen und dann zu öffnen Oco 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 der ja das klinge wohl noch an hat er jetzt auch ausziehen das macht die beiden jetzt die pistole luisa du scheiß schwester doch wegen die ab und wegen dir du scheiß ehemann wo alles die entschuldigt hier bin so er hier wo ich das habe ich einen schraubenzieher nahe baut den haken ja ein fett im spiegel durchschießen wir werden nicht hören wir sagen wenn ich brauche eine pistole um hier weiter zu kommen wenn hier war die flasche die flasche ja alle dem beherr ja ich muss sie unterholen die schieße kaputt er wird doch nicht fällig er muss es hilft euch der dünke aber damit kann ich vielleicht das durchschneiden also ist ja eine sache übersehen ich habe eine kleine schraube ein geriff oder weiß ich wofür wir brauchen aber ich war nie mehr so schön aber verschrauben müssen wenn ich jetzt bin das ist nicht gespielt weil hier ist alles weg nicht dass ich hier noch eine böse war schon bei der Liebe hier ist alles weg ja auch wie ich habe Das ist vielleicht noch nicht was das Seil, warte, hier ran, den Haken da ran, ja genau, ah ok, sie als Nagel, Patrone, Igel, Klingel, Weinflasche, Flachmann, äh, Muffin, Ei, H-Bürste und Ölkanne, ok, mal eine H-Bürste, äh, Ölkanne, na, ich sag mir das schon mal, können wir den Motorgleich fertig machen, ein paar Trönchen, äh, der Sicherheitsnadel, äh, da oben, Igel, äh, ein Igel, ein Igel, äh, ja, da ist ein Muffin, Flachmann, damit liegt man mich, Flachmann, ah ne, äh, äh, das ist neu zugeschrieben, der ist ein perfekter Motor, ich habe mich hinüber gefragt, wie ich die Zahnräder drehen, die den mechanischen Geräusche produzieren, äh, und die mechanischen Geräusche zu produzieren, jetzt ist er zu alt, er wurde jahre noch nicht nur benutzt, er klare sich als Anhaltsfürchte fröhlich aus, als sich wohl unter der Theaterschminker auf seinem Gesicht befindet, äh, das haben wir ja schon, dann haben wir ja schon gesehen, Klingel, äh, der Flachmann, der Schwimmer, der Flachmann, der Schwimmer, das, oh, da haben wir jetzt überall noch ein Wort übrig, okay, auch schön, ein Igel, ein A, eine Kegel, ein I, äh, ein Schwimmer, äh, äh, da, äh, der Igel, den Igel habe ich noch nicht, da ist der Schwimmer, Klingel und der Igel, Klingel würde das Teufelswert, ähm, ähm, na gut, eine Ölkanne, sehr, sehr schön, neus, dann bin ich hier auch fertig, ja gut, da brauchen wir einen Zettel, ich habe deine Fähigkeit unterschätzt, da ist Taschentur verblügt in der Botschaft, die nichts auffälliges enthält, so, ähm, damit, er ernsthaft geil, er hat und alt und unterschätzt der Kerl, das ist man alle, alle, das ist nicht, jemand hat den Grammophon mitgenommen, das ist immer das Ding hier, aber, aber, einmal schon reinrotzen, so richtig schön, okay, geht nicht, das ist immer das Zimmer des Pfadlers, warum ist es so gut abgeschlossen, das ist nicht, wir hätten aber hier unten noch was, ne, genau, hier unten einfach noch was, ein Rettel, also, das war hier unten, da ist eine Rose, okay, na gut, gehen wir erstmal hier rein, in der Fähigkeit, in der Schosszahle, man muss mit den Niederhaus, lassen haben, was hier, ja, die kleine Spiele, wie dann ich haben, sie muss die Mutter zum Urteil geschenkt, wir fanden die kleine Ballerina, so bezauberhaft, save, okay, save, es ist eine Nachricht, was könnte ich so bedeuten, ja, ich will schauen, ich will die Wertzeit, okay, warte, ja, kannst du aufmachen, die erste Sicherung, wie geil, nice, okay, warum ist es so gut abgeschossen, weil niemand wollte, dass man da reingeht, würde ich jetzt mal behaupten, ohne einen Vater gekannt zu haben, aber, okay, ja, oh Gott, der sieht, das sieht schrecklich aus, oh Gott, nicht wieder mit Zahlen, nein, ich bin dafür sowas nicht geschaffen, ich will jetzt mal richtig, klick auf die Buchstaben mit vertauschen, warte, kann es sein, dass das, äh, ein englisches Wort ist, ich weiß es nicht, warte mal, aber keine, ach, das ist doch, alles war absolut einfach, ich bin ein Idiot, ne, ich hab eben gedacht, äh, ich war eben bei Tins, als wenn ich da ein englisches Wort rausgesucht, ich bin, danke, nehm ich mal mit, gut, wow, ey, manchmal denke ich auch ein bisschen zu kompliziert, so, so, ein Dietrich, ja gut, verwenden wir den jetzt jetzt wie hier, oder, jetzt mal ja, ne, ja, der ist halt abgeschlossen, ein bisschen, Junge, wie viel spezielle Schüttel braucht man bitte hier in diesem Laden, dafür einen Schüttel, Alter, wenn ich hier einen Kaffee trinken will, dann muss ich mir erst mal auf eine Suche machen, wo irgendwas, was, ein Buntglas, ein Buntglas, einer der Buntglasscherben fehlt, aha, also, der Griff, also, eine, eine, ein Buntglasscherben, auch, ein Buntglasch, ein Buntglasch, ein Buntglasch, in der Nähe wenn ich mir keinen Kaffee machen würde was trinken will auf Klobe bitte sie haben Durchfall bitte lösen sie aber erstmal diese 10.000 20.000 Rätseln nahm der Nudeln geschütteln oder und da Klobenblatt der zählte was anderes also langen zieht es gern ein bisschen an also näher davor so war ein Jahr lang der wir haben bisschen alle denn da ist jetzt gerümpelt wie 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 schaffte es einen Schrank zu wie reinzustopfen aber okay sieben mal zwei Topflappen Roboter Vogel Chili Löffel Käse Pfefferscheuer Dreieck Wölfel Teller Sicherung Da den Teller Dierungste Löffel Küsse Wölfel 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 Wo ist der Pfeffer-Steuer Wo ist der Pfeffer-Steuer? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dreieck gegen Pfefferstreuer. Was ist das teuflische Wort? Ich schätze, als dieses werden wir ein Vaters, äh, äh, Zimmer sein, da wieder nächste Erinnerung stattfinden. Aber jetzt ergeben die Erinnerung gar keinen Sinn, also im Zusammenhang nicht. Weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich bin gespannt. bis jetzt ergibt die Story Sinn, in dem wir das sind ja der Dämon, ja wir müssen die in Endlich leben aber jetzt fehlt noch der Zusammenhang von den Erinnerungen also irgendwie, na klar alle hatten, ne, das war mit dem Freund und mit der Luisa, klar aber irgendwie, so was es jetzt genau so bringt, aber ich schätze mal das Spiel noch erzählen, das wird noch alles schon noch kommen mal gucken ich bleibe gespannt, heute und ich hoffe, ihr bleibt mit mir gespannt das Dreieck und damit haben wir es ok, dann schätze ich, dass wir dann irgendwas bekommen werden und dann geht's wohl bald ok, Info Ordner, IZ, wahrgerecht an ringt ihr auf sie, um die zu drehen kickstopp, IZ, sie also die benachbarten und dann Kabel Gutemann Dizu jetzt Alle Sehr waagerecht Hab ich hier jetzt gerade vage denkrecht vertauscht? Oh nein Ach nie oder? Ja gut, da gibt's auch Sinn Geschwistant More Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, okay.